Moin Leute und Willkommen zurück zu Pre-Sequel mit unserem kleinen Baggerschnorrer Guten Tag Guten Tag und auch Fuwa ist auch hier Moin Was ist denn alles? Das ist eine frische heute So Achso das Geschenk ist hier Was ist das denn? Hä? Achso Das war Achso Ah So finde Fährer Nummer 1 Und dann Nummer 2 und Nummer 3 Achso wir sollen reisen Ok Achso ich dachte das wäre hier Ja ich dachte auch erst das hier aber Das ist nicht hier Das ist ganz woanders Da kriegen wir aber jetzt Angst Boah hier hinten liegt sogar noch was Oh was ist denn da? Eine Waffe Schotti Achso ich Idiots Leute Ne 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 ich kämpfe mich nicht schon wieder hier durch alter vergiss es Ist das schon wieder die gleichen da oder? Ich müsste es mal noch verkaufen Kannst du mich kurz beschützen? Warte Ich mach Auflauf aus dir Ich krieg hier Aua und Vieh Ich schick dich auf die dunkle Seite Alter Alter Bist du hier neben der Unruhe oder bist du weggelaufen? Ich bin mir in deinem Grüne Waffe Willkommen Ich dich heilen So Die Weißen darf ich nicht verkaufen Hocheffektiv gegen Schild Aha Ist das nicht die die ich sonst hatte? Ne Das ist die, die wir gerade als Belohnung bekommen hatten, oder? Du bist doch schon wieder weitergelaufen. Wie komme ich denn hier raus? Achso, und ich renne hier hoch wieder zu den Gegnern. Das ist ja Delf. Ich bin fast tot, ey. Juuu. Ist das jetzt aus Versehen von einer anderen in dem Quest so? Scheinbar. Vom Glück war der Verdichter defekt. Beeil dich. Vielleicht kannst du sie bis Lunar Junction einholen. Na, die wollte ich doch nicht. Questwechseln. Was hatten wir denn eben? Na, finde, Fera Nummer 1 ist richtig. Achso, jetzt hat er wieder gewechselt. Ja. Was soll denn das sein? Typ wahrscheinlich irgendwo. Eine Leiche, keine Ahnung. Ich glaube, der ist oben. Ich bin gerade oben. Ich bin in dem Haus. Lol. Was willst du, Kammerjäger? Ne, du. Du bist hier reingelaufen und dann... Ah, bestimmt übergeben. Hier, Mr. Mieter. Das ist von Schwester Nina. Ich glaube, sie stehen auf sie. Die kleine Schwester Nina. Ich hatte da keine Ahnung. Oh. Werde ich rot? Ich werde rot, oder? Sag Nina, ich komme vorbei, wenn ich das nächste Mal in der Welt bin. Lass du ihn töten mit Eis mal sehen, wie heiß seine Leiche ist. Warte, warte. Wir haben eine Missionswaffe, ne? Nicht, wenn ich dich zuerst töte. Ach, ne. Durch einfrieren, ja. Ich habe die alle verkauft, gerade. Du hast die Missionswaffe, kannst du nicht verkaufen. Ach, die da. Ich habe die Missionswaffe benutzt. Ich bin hart genug für Ninas Liebe, sie überleben. Jetzt du finden Kandidat Nummer 2. Nicht vergessen, Karte und Blumen. Also, ich hatte Missionswaffe nochmal. Ich auch. Aber wahrscheinlich ist es halt dieser Effekt. Ja, der war nicht drauf, ja. Ne. Ach, wie liegt der was? Ach, die nehmen wir wieder mit. Nimm das Geschenk zurück, ja. Voll der Dude bist du. Jetzt sind wir Nummer 2 finden, okay. Sieht so aus, als ob wir reisen müssten. Oh, ich kann doch mal hier hochgucken. Was ist hier? Das wissen nicht. Sieht aus wie ein kleines Easter Egg. Oh, mit einem Badass-Gegner einer Klasse. Ich probiere, zukomme zu dich. Wie bist denn da hin? Warte, ich komme. Wo ist er denn? Wo ist denn der Wetter-Gegner? Hinter dir. Irgendwo, eigentlich. Ich sehe hier nur Fliegeldinger. Wo ist er jetzt wieder hin? Ach, der hier mit seinen Strahlen, oder? Denk dran, du kannst auch mit der rechten Maus so eine Bombe schießen, ne? Okay. Aber was soll das? Na, was das soll, weiß ich nicht. Eine Granate hat da getroppt. War ich nicht noch im Mondstein? Habe ich schon aufgenommen. Ah, okay. Hab ich schon. Und mehr ist hier oben nicht? Nö, irgendwie nicht. War eine Waffenkiste noch da? Nö. Aua. Aua. Seht ihr? Riesen-Laser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden. Nur mal so als Gedanke. So. Sollten wir nicht hier zu so einer Reisestadt sein? Ne, wir müssen reisen, ja. Und warum gehen wir nicht da hinten in der Stadt? Hier müssen wir doch jumpen wieder und sterben. Ja, oh. Ich hab's gerade so geschafft. Ich kann ja reisen, brauchst du ja nicht rüberjumpen. Ja, ja. Das war doch die, wo wir da auch zigmal gestorben sind. Ja. Eine Frechheit ist das, ey. Ist das hier oben auf der Map? Jo, okay. So, Bruder steigt aus. Oh, das war knapp. Wo ist denn das nicht? Ach, jetzt ist es auf einmal. Ich bin jetzt nicht bei dir, ne? Ja, ja. Ich bin's. Sauberes Tackle. So. Da hätte man auch hinfahren können, ne? Äh, jup. Beziehungsweise. Aus einem gewissen Punkt. Hätte ich jetzt hier nicht so weit laufen müssen. So, was ist denn das hier? Ein irrer Bett, er ist in der Klasse. Ich freu mich. Wo du bist? Ich warte noch, den krieg ich eh nicht wahrscheinlich allein hin. Ich komme. Drei Jahre später. Da kannst du mir entgegengekommen fahren. Das war auch ein komischer Satz. Bob, bist eh nicht da. Ja, ist ja egal. Dann kann ich doch so ein Fahrzeug spawnen. Ich bringe hier aber noch Gegner mit. Aber die kommen ja wieder bestimmt nicht mit durch, war. Wo bist du denn? Oh, Ben. Rechts von dir. Muss ich da hoch, oder was? Ja, klar. Bin da. Missionswaffe auswählen, ne? Achso. Was sind wir mal? Achso. Hä? Keine Ahnung, wie oft die mich schon zusammengeflickt hat. Hä? Ich hab immer gehofft und geträumt, aber ich hätte nie gedacht. Lass du ihn töten. Nimm Säurewaffe. Mal sehen, wie fest er gesaut ist. Hast du eine Säurewaffe? Äh, nö. Doch, ich hab eine. Natürlich. Ja, ich bin erstmal down, weil hier noch andere Gegner. Hat wieder nicht als Säurewaffe gezählt, ne? Hat nicht. Er hat keinen Statuseffekt drauf bekommen. Nein. Gefindenkandidat Nummer 3. Nicht vergessen, Karte und Blumen. Waren viel teuer. Was waren viel teuer? Ja. So. So, müssen wir wieder reisen, oder was? Nö, nee, ich glaub nicht. Hat der klaut einfach mein Fahrzeug? Ja. Oh, danke. Nee, hier kannst du doch anklicken, dann kopiert er doch. Wirst du? Die droppen ja ganz schön viel Mondsteine. Die buddeln sich hier immer ein, die Schweine. Alter. Ich will doch nur den scheiß Mondstein aufnehmen. Da kommt wieder so ein Vieh. So, wo muss ich denn hier lang? Sag mir doch mal was. Das ist wieder falsch. Huch. Ich kann da rechts rum, oder? Bist du hier rechts rum, oder? Ja. Tatsache. Nio. Und da bist du abgestiegen? Tatsache. So. Aua. Ich friere. Scheiß Bett das hier mal. So, wo ist er denn hier? Den müssen wir noch finden. Achso. Sollten wir vielleicht erstmal die ganzen Gegner hier weg machen. Alter, du hast Spack bei mir schon wieder rum. Ist Spack bei dir rum? Spacken. Hast du eigentlich dann noch Hitze oder so? Äh, muss ich gucken. Also ich hab Elektro noch. Aber keine Hitze. Oder ich weiß gerade nicht. Ich gucke mir gleich, wenn ich mal Ruhe hab. Ist doch ein Fliegeding. Ich weiß, ist bei mir. Haben wir. So, was denn hab ich? Ist hier irgendwo Sauerstoff? Feuerwaffe. Du hast eine Feuerwaffe. Gut. Also jetzt sollen wir ja erstmal den Typ finden. Ich hab die schon mal ausgeweht. Ich hab Elektro noch einmal. Kann das sein, dass er hier oben ist? Oder ist das ein Gegner? Dann zeigt er mir, was schon wieder Gegner haben. Da bekommen dann die Bomben nochmal her. Wie bist du denn da rüber hochgekommen? Na, durch den Geysir da. Hochgepft. Ach, das sind wieder scheiß Fliegedinger. Oh, hör die jetzt mal auf hier mit Attacke hier. Hier ist noch ein Outlaw Bett das. Also bei den triggert Elektro immer gut. So, ich bin gleich down. Ich bin down. Bist du auch down? Ich krieg ihn vielleicht noch. Außer er hüpft jetzt wieder weg. Hä? Ich hab ihn doch getötet. Ich bin tot. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Du standst auch neben mir. Meine Damen und Herren, so macht man das, wenn man so tut, als wenn man einem Kameraden hilft und ihn nicht sieht. Ich hab dich schon gesehen, aber nicht mehr als du, als der Typ dann weg war. Ich war da an der gleichen Pose noch. Ich hab da was im Ärmel. So. Oh, ist ja ne weiße Waffe. Hier ist'n der Verehrer. Das kann hier gut sein, dass hier oben ist. Ich geh auch fast von aus. Da ist ja immer noch so ein Fliegeding hier. Ein dauernd neuer. Oh, ich komm nicht hoch. Scheiße. Äh, ich find hier momentan aber tatsächlich niemanden. Obwohl, doch, das Gütter sind, das ist der, das ist der 100 hoch. Wo denn? Wie komm ich da rein? Warte. Wieder hoch. Ich weiß dann noch nicht mal, wie ich reingehen kann. Oh, jetzt diese Scheiß-Säulen hier mal. Ich komm hier nicht rum. Lol. Du bist jetzt hier oben noch bei der Brücke, wo wir waren, ne? Ja, ein bisschen weiter. Du ballerst da schon wieder, ne? Das ist auch ein Badass. Wer der hier? Der Kleine? Hallo, der war so fast down. Willst du mich verarschen? Und wo ist der Typ hier jetzt hier? Hier drinnen oder was? Ich wähle Feuerwaffe schon mal aus. Ne, ich hab Elektro. Feuerwaffe, okay. Ich steh nicht vor, meine Linse. So leicht sterbe ich nicht. Ah, der brennt wenigstens diesmal. Ich lade nach. Okay. Hä? Hinter uns schießt. Hä? Klarer zum Ausdruck als ein Machtversuch. Kommst du zu Nina? Sieh dich pflegt zusammen. Oh Gott. Ich komme. Sofort, mein Liebling. Danke Kamerjäger. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Diese zarte Blüte hat mich betört, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Sticksal. Loll. Vielleicht sollte ich sowas erstmal ausprobieren. Und wo ist hier noch ein Gegner? Folgenpause? Nachdem wir den Gegner gekillt haben? Ich seh keinen Gegner. Er guckt auf die Map. Ich seh keinen Gegner. So, einer ist down. Einer ist hier vorne noch. Den hab ich. Ey, jetzt kommt hier noch einer. Wieder da oben. Jetzt zeig mir schon wieder einen oben an. Ja, der kommt immer wirklich da raus. Ach, nun ist doch mal ein Lootier. Einmal. In Ruhe. So. Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.